...outwards, ladies and gentlemen! Achtung später! Aaaaah! Schöne Aussicht! Einfach lächeln, Alter! Aaaaah! Schöner machen! Aaaaah! Jules! Hahaha! Boah, das geht geil, Alter! Weißt du, das kann man nicht festhalten, Alter, währenddessen? Nee! Das geht noch höher! Ja! Ja, du hast ja Recht! Recht! Jaaa! Ich meine, auf 30 Meter, was das Ding, dann muss er schicken davon. Welchen Glatzsack! Ich bin auch wieder hoch, guck mal, ne? Hallo! Ich bin da! Ich bin da! Schöne Aussicht! Schöne Aussicht!